Herzlich Willkommen! Das heutige Thema ist die Leitungstheorie. Wir beschäftigen uns also mit der Theorie von Leitungen oder genauer genommen mit der Theorie von sogenannten Stromleitern und was auf diesen Leitungen genau passiert. Am Ende dieses Videos wisst ihr über folgendes Bescheid. Was? Was ist denn eigentlich ein Leiter? Was genau ist ein Stromleiter? Welche Arten kennen wir und wozu werden sie benutzt? Was ist eigentlich die Leitungstheorie? Warum? Warum brauchen wir die Leitungstheorie zum Übertragen von Informationen? Wie? Wir können die Eigenschaften der Stromleiter nach diesem Video erklären und auch mathematisch beschreiben. Da fangen wir mal ganz von vorne an und kommen zum Was. Was ist denn eigentlich ein Leiter? Einen Leiter benötigen wir immer für eine leitungsgebundene Übertragung. Also alles, was nicht durch die Luft übertragen wird, wird über irgendeinen Leiter übertragen. Das kann zum einen Energieübertragung sein oder zum anderen das Übertragen von Nachrichten. Leitungstheorie, haben wir in der Einleitung gesagt, beschäftigt sich mit der Theorie von Stromleitern. Aber was genau ist eigentlich ein Stromleiter? Ein Stromleiter ist ein Leiter, in dem Strom geleitet wird. Ja, und das sind so ziemlich die allermeisten Leiter, die ihr kennt. Zum Beispiel eine Kupferdoppelader, also Telefondraht oder das Kabel von euren Kopfhörern. Koaxialkabel für Fernsehen und Internet. Streifenleitung, also Leiterbahnen auf Platinen und Hochspannungsleitungen. Was diese Leitungen gemeinsam haben? Alle bestehen aus mindestens zwei voneinander isolierten Leitern. Und müssen unter Umständen mit der Leitungstheorie, die wir heute betrachten, beschrieben werden. Wie immer kann man ja alles theoretisch und praktisch betrachten. Und genau das machen wir jetzt auch. Ein Leiter kann man also zum Beispiel als einen idealen Leiter betrachten. So ist bei ihm der ohmsche Widerstand gleich Null, so wie wir das in den meisten Ersatzschaltbildern auch betrachten. Weiterhin kann man einen Leiter aber auch als nicht-idealen oder realen Leiter betrachten. Also so wie er sich in Wirklichkeit verhält. Und das habt ihr ja schon längst gelernt. Der Widerstand von realen Leitern ist natürlich nicht Null. Und deswegen muss er ab einer bestimmten Länge der Leitung berücksichtigt werden. Was ist denn jetzt aber die Leitungstheorie und wofür brauchen wir die? Dazu machen wir einen ganz einfachen Versuch. Wir nehmen eine 1,5 Meter lange Zweitradleitung aus Kupfer und legen eine Wechselspannung von beispielsweise einem Megahertz an. Das entspricht einer Wellenlänge von 300 Metern. Am Ende sind die beiden Leitern nicht miteinander verbunden. Sie sind also im sogenannten Leerlauf. Um das mal zu veranschaulichen, haben wir einen richtig großen Leiter genommen. Die beiden durch die luftisolierten Kupferleiter sind fast so dick wie Heizungsrohre. Sie verlaufen in der Richtung Z und sind L gleich 1,5 Meter lang. Zu Beginn der Leitung ist Z gleich Null, zur Hälfte Z gleich L halbe und zum Ende Z gleich L. Die Leitung ist also L lang. Wir betrachten also die Spannungsverteilung U von Z auf der Leitung, also in Richtung Z. Dann haben wir noch eine Glühbirne auf eine Leitungsbrücke gelötet. Diese Leitungsbrücke können wir einfach entlang der Leitung bewegen, also in der Richtung Z. Zu Beginn setzen wir die Glühbirne einfach an das Ende der Leitung, also Z gleich L. Und jetzt die große Frage, was wird passieren? Klar, ist ja langweilig. Die Glühbirne wird natürlich anfangen zu leuchten. Und zwar ganz egal, wohin auf der Leitung wir die Glühbirne bewegen. Aber jetzt können wir ja mal drüber nachdenken, was passiert denn eigentlich, wenn wir die Frequenz erhöhen? Eine Frequenz, wie wir sie zum Übertragen von Nachrichten beispielsweise verwenden könnten. Also mal angenommen, wir möchten ein Signal von 300 MHz übertragen. Das entspricht einer Wellenlänge von einem Meter. Was passiert dann auf der Leitung? Probieren wir es aus. Wir lassen also die Leitung genauso wie sie ist, erhöhen die Frequenz auf 300 MHz, setzen die Glühbirne zunächst ans Ende und führen sie dann entlang des Leiters. Nachfolgend sehen wir den Versuchsaufbau für eine Frequenz von 300 MHz. Die Leitung ist nach wie vor 1,50 Meter lang. Als Leitungsabschluss haben wir den Leerlauf gewählt. Ich werde jetzt den Signalgenerator zuschalten und wir werden mit der Glühbirne die Spannung auf der Leitung detektieren. Wie wir sehen, ist offensichtlich die Spannung nicht homogen verteilt auf der Leitung. Die Glühbirne erfährt minima und maxima in ihrer Helligkeit. Und das deutet darauf hin, dass auch die Spannung auf der Leitung minima und maxima hat. Wer hätte das gedacht? Die Glühbirne leuchtet unterschiedlich hell und dunkel, je nachdem wo auf der Leitung wir uns gerade befinden. Aber wie kann das sein? Gucken wir uns das Video nochmal an. Was können wir hier feststellen? Schauen wir uns nochmal den Versuch an. 300 MHz, 1,50 Meter lange Leitung und als Leitungsabschluss Leerlauf. Wir schalten den Signalgenerator zu und bewegen die Glühbirne auf der Leitung entlang. Wir sehen, die Glühbirne erhält maxima und minima. Das deutet auf maxima und minima der Spannung auf der Kupfer Doppelleitung hin. Dieser Effekt scheint sich zu wiederholen. Das bedeutet, dass es scheinbar wesentlich ist, mit welcher Frequenz wir die Kupfer Doppelleitung betreiben. Aha, die Glühbirne leuchtet am Ende der Leitung ganz hell und wird dann langsam dunkel und auch wieder hell. Aber wie kann das sein? Das ist der Punkt, wo eben die Leitungstheorie ins Spiel kommt. Mit dieser können wir nämlich das Verhalten, was wir gerade beobachtet haben, beschreiben. Und das Wichtigste davon haben wir gerade schon mitgekriegt. Nämlich, dass wir die Leitungstheorie irgendwie nur bei hohen Frequenzen brauchen. Das heißt, wir merken uns, wird eine Leitung mit hohen Frequenzen betrieben, muss sie mit der Leitungstheorie beschrieben werden. Lasst uns jetzt noch ein bisschen tiefer in die Leitungstheorie einsteigen. Wir haben gesagt, bei hohen Frequenzen muss man die Leitungstheorie anwenden. Und wie hoch diese Frequenzen sein müssen und wann genau wir die Leitungstheorie eigentlich brauchen, das lernen wir jetzt. Wir unterscheiden zunächst zwischen sinusförmigen Signalen auf Leitungen, also zum Beispiel Tonsignale, und Pulsen auf Leitungen, zum Beispiel rechteckförmige Signale, wie sie zum Beispiel in Computern verwendet werden. Und beides schauen wir uns jetzt mal an. Stellt euch vor, wir haben eine Leitung wie in dem Versuch und betrachten nur den oberen Leiter. Für eine Wechselspannung mit einem Megahertz ergibt sich eine Wellenlänge von 300 Metern. Für eine Wechselspannung mit einer Frequenz von 300 Megahertz ergibt sich somit eine Wellenlänge für einen Meter. Also das heißt, für ein Sinussignal von 300 Megahertz ist die Spannungswelle ungefähr einen Meter lang. Eine volle Periode der Spannungswelle passt also auf unseren Leiter. Und genau das ist die Erkenntnis. Wenn die Leitungslänge in die Größenordnung der Wellenlänge der Signale kommt, muss die Leitungstheorie angewendet werden. Ist die Wellenlänge um ein Vielfaches größer als die Leitungslänge, muss die Leitungstheorie jedoch nicht angewendet werden. Das heißt, wir formulieren den ersten Merksatz. Ist die Wellenlänge Lambda des zu übertragenen Signals um ein Vielfaches größer als die Leitungslänge L, muss keine Leitungstheorie verwendet werden. In allen anderen Fällen ist die Leitungstheorie anzuwenden. Aber wie ist das jetzt mit pulsförmigen Signalen, wie sie zum Beispiel in Computern übertragen werden? Dazu schauen wir uns zunächst einmal den Aufbau von solchen Impulsen an. Impulse auf Leitung, wie sie zum Beispiel in Computern verarbeitet werden, sind für ein begrenztes Frequenzspektrum näherungsweise trapezförmig. Die Trapezsignale haben natürlich eine Periodendauer T und eine Impulsflankendauer gemessen in Sekunden. Die Anstiegsflanke nennt man auch Rising Time mit dem Formelzeichen TR. Trapezsignale bestehen aus ganz vielen überlagerten harmonischen Schwingungen und es gilt, je steiler die Impulsflanke bzw. je geringer die Rising Time TR ist, desto breiter ist das dazugehörige Frequenzspektrum. Aber das heißt ja auch, je steiler die Pulsflanke, desto mehr harmonische Frequenzen sind im Signal vorhanden bzw. desto kürzer sind die zugehörigen Wellenlängen auf der Leitung. Die Steilheit der Impulsflanke im Zusammenhang mit der Länge der Leitung ist entscheidend, ob die Leitungstheorie angewendet werden muss oder nicht. Aber wann genau müssen wir die Leitungstheorie jetzt anwenden? Hierzu betrachten wir eine Signalflanke mit einer Rising Time TR von einer Nanosekunde. Die typische Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen auf einem Streifenleiter ist die halbe Lichtgeschwindigkeit. Bei einer Rising Time TR von einer Nanosekunde hat die Flanke eine elektrische Länge von 15 cm. Ist jetzt die Leitungslänge lang im Vergleich zur elektrischen Länge der Signalflanke, müssen wir die Leitungstheorie anwenden. Als lang betrachten wir, genauer gesagt, eine Leitung, die länger als 50% der sogenannten kritischen Länge ist. Ist die Leitung jedoch kürzer als 50% der kritischen Länge, ist die Leitungstheorie nicht zu beachten. Um diese kritische Länge herzuleiten, wählen wir den Ansatz, dass die Ladungsmenge, die zur Aufladung der Leitungskapazität benötigt wird, klein sein muss im Vergleich zur Ladungsmenge, die in der Impulsflanke steckt. Es sei also die Ladungsmenge der Leitung viel kleiner als die Ladungsmenge der Signalflanke. Ersetzen wir die Ladungsmenge der Leitung mit C mal U und die Ladungsmenge der Flanke mit 1 halb I mal TR. Und wenden wir dann auf der rechten Seite das Ohmsche Gesetz an, erhalten wir C-Leitung mal U sei viel kleiner als 1 halb mal U durch Z mal TR. Wir teilen die Gleichung durch U und ersetzen Z mit Z gleich Wurzel aus L' durch C' und C-Leitung gleich C' mal L. Die hier noch unbekannten Variablen L' C' und Z heißen Induktivitätsbelag, Kapazitätsbelag und Wellenwiderstand. Die genaue Herleitung der Variablen findet ihr später in diesem Video. Wir erweitern die Gleichung mit Wurzel C' durch Wurzel C', kürzen und erhalten TR halbe mal C' durch Wurzel L' mal C'. Teilen wir die Gleichung jetzt noch durch C', erhalten wir L sei viel kleiner wie TR durch 2 mal Wurzel L' mal C'. Mit der Telegraphengleichung, welche lautet VP, die Geschwindigkeit von Pulsen, sei ungefähr 1 durch L' mal C', daraus die Wurzel, kommen wir auf L sei viel kleiner wie die Pulsgeschwindigkeit durch 2 mal die Rising-Time TR. Wenn wir die Pulsgeschwindigkeit annähern mit V-Puls, sei ungefähr C' durch Wurzel Epsilon R', erhalten wir L sei viel kleiner wie die Lichtgeschwindigkeit durch 2 mal Wurzel Epsilon R' mal die Rising-Time TR. Jetzt setzen wir die Lichtgeschwindigkeit 30 cm pro Nanosekunde ein und kürzen die Gleichung. Mit einer Leiterplatten-Permittivität, also ein Epsilon R von ungefähr 4, wie sie typisch für Leiterbahnen angenommen werden kann, ergibt sich also beispielsweise die kritische Länge L-Crit sei gleich 7,5 cm mal die Rising-Time TR durch eine Nanosekunde. Diese Länge bezeichnen wir, wie bereits erwähnt, als kritische Länge für Leitung, auf denen Pulse übertragen werden. Ist also die Leitungslänge kleiner als 50% der kritischen Länge, müssen wir die Leitungstheorie beachten. Zusammengefasst erhalten wir also den zweiten Merksatz. Ist bei einer Übertragung von Pulsen die Leitung länger als 50% der kritischen Länge, L-Crit gleich 7,5 cm mal TR durch eine Nanosekunde, so muss die Leitungstheorie angewendet werden. Unterhalb 50% der kritischen Länge gilt die Leitung als elektrisch kurz und die Leitungstheorie ist nicht erforderlich. Wir wissen also jetzt, wann wir die Leitungstheorie anwenden müssen. Beachten wir die Leitungstheorie im Bereich der Hochfrequenztechnik nicht, kommen die Signale nicht korrekt am Ende der Leitung an. Die Leitungstheorie stellt also in der modernen Nachrichtenübertragung und Verarbeitung ein entscheidendes Feld dar, über welches wir dringend Bescheid wissen sollten. Wir wissen also jetzt, was die Leitungstheorie ist, wann wir sie einsetzen wollen und warum wir sie verstehen müssen, um hochfrequente Signale zu übertragen. Nachfolgend beschäftigen wir uns also damit, wie die Leitungstheorie funktioniert. Wie wir schon gesagt haben, beschäftigt sich die Leitungstheorie mit der Theorie von Stromleitern. Aus diesem Grund schauen wir uns mal einen Stromleiter an, denken uns dazu ein Modell und versuchen dieses Modell zu beschreiben. Ein Stromleiter besteht aus mindestens einem Leitungspaar, Hin- und Rückleiter. Zur Verdeutlichung stellen wir uns eine Bahngleise vor. Damit wir verstehen, welche Eigenschaften ein Stromleiter hat, betrachten wir die obere Schiene als Hin- und die untere Schiene als Rückleiter. Damit wir aber Leitung beliebiger Länge beschreiben können, betrachten wir nur einen Teil der Bahngleise. Also eine einzelne Bahnschwelle, welche, wenn wir die Parameter denn kennen, wir dann beliebig oft zu einer gewünschten Leitungslänge aneinanderlegen können, um unser gesamtes Bahngleis, also unseren beliebig langen Leiter, vollständig zu beschreiben. Wir beschreiben die Eigenschaften des Leiterstücks als ein elektrisches Ersatzschaltbild in Form eines Vierpols. Diesen Vierpol können wir dann beliebig oft hintereinander schalten, um die gesamte Leitung zu beschreiben. Ist die Gesamtlänge der Bahngleise oder des Leiters Groß L in der Richtung Z, so ist ein infinitesimal kleiner Ausschnitt der Leitung DZ lang. DZ ist also ein infinitesimal kleines Stück der Leitung. Betrachten wir also unser Modell und versuchen seine elektrischen Eigenschaften zu beschreiben. Legen wir zwischen der oberen und unteren Schiene eine Spannung an, fließt ein Strom nach dem ohmischen Gesetz. Das bedeutet, sicherlich hat die Schiene auch einen ohmischen Widerstand, der abhängig vom Material und proportional zur Länge der Leitung ist. Um nicht für jede Leitungslänge einen unterschiedlichen Wert angeben zu müssen, gibt man in den Datenblättern den Widerstand pro Leitungslänge an. Wir nennen ihn den Widerstandsbelag R' mit der Einheit ohm pro Meter. Der Induktivitätsbelag Wie ihr sicher in den Grundlagen der Elektrotechnik gelernt habt, entsteht um einen stromdurchflossenen Leiter ein Magnetfeld. Wer das jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat, der sieht sich am besten nochmal folgendes Video an. Das Magnetfeld durchsetzt die Fläche zwischen dem Hin- und Rückleiter und führt so zu einem magnetischen Fluss Psi. Die Proportionalitätskonstante zwischen dem magnetischen Fluss Psi und dem Strom I wird Induktivität L genannt. Das bedeutet, dass das betrachtete Leiterstück auch eine Induktivität L hat. Diese ist ebenfalls proportional zur Länge der Leitung, sodass man in den Datenblättern den Induktivitätsbelag L' gleich L durch DZ mit der Einheit Henry pro Meter angibt. Zusammengefasst haben wir also nun den Widerstandsbelag R' in ohm pro Meter und den Induktivitätsbelag L' in Henry pro Meter. Der Leitwert pro Länge Die Schienen in unserer Modellbetrachtung sind verbunden über die Bahnschwellen aus Holz. Stellt euch diese Bahnschwellen aus Holz wie die Isolierung unserer Leiter vor. Über die Isolierung fließt eben auch ein Strom von Leiter zu Leiter, wenn er auch sehr klein ist. Die Bahnschwelle ist also zu betrachten wie ein Widerstand, der parallel zu den Leitern angeschlossen ist. Er ist also ein Leitwert, welcher proportional zur Länge der Leitung ist. In den Datenblättern wird daher der Leitwert pro Länge, also der sogenannte Leitwertsbelag G' gleich G durch DZ mit der Einheit Siemens pro Meter angegeben. Zusammengefasst haben wir also nun den Widerstandsbelag R' in ohm pro Meter, den Induktivitätsbelag L' in Henry pro Meter und parallel dazu den Leitwertsbelag in Siemens pro Meter. Der Kapazitätsbelag Wenn wir eine Spannung zwischen Hin- und Rückleiter anlegen, so befinden sich auf dem einen Leiter positive und auf dem anderen Leiter negative Ladungen. Die Proportionalitätskonstante zwischen Ladung und Spannung nennt man Kapazität, sodass das betrachtete Leitungsstück auch eine Kapazität hat, die ebenfalls proportional zur Länge der Leiter ist. Aus diesem Grund gibt man in den Datenblättern nicht die Kapazität, sondern den Kapazitätsbelag C', also die Kapazität pro Länge C' gleich C durch DZ mit der Einheit Farad pro Meter an. Zusammengefasst ergibt sich für das kurze Leitungsstück also folgendes Ersatzschaltbild. Da DZ unendlich klein ist, nennt man es das Ersatzschaltbild des infinitesimal kurzen Leitungsstücks. Jedem Leitungsstück DZ können wir also einen Wert DR, DL, DG und DC zuordnen. In diesem Bild sind exemplarisch drei Vierpole der Länge DZ dargestellt. Theoretisch müsste man die Leitung mit sehr vielen, also unendlich vielen, Vierpolen der Länge DZ beschreiben. In der Praxis ist DZ natürlich endlich lang und hängt von der maximalen Signalfrequenz ab. Beispielsweise für analoge Telefonleitungen mit einer Maximalfrequenz von 3,4 kHz wird DZ beispielsweise 2 km gewählt. Betrachtet man das Datenblatt eines Außenkabels für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, findet man Angaben für unsere betrachteten Belege, hier bezogen auf 1 km Länge. Es handelt sich um eine Kupferdoppelader, wie sie für die Übertragung von Telefonsignalen typischerweise verwendet wird. Die Herleitung der Leitungsgleichung für den allgemeinen Fall Die Leitungsgleichungen, die wir jetzt herleiten wollen, benötigen wir, um das Verhalten der Leitungen bei hohen Frequenzen korrekt beschreiben zu können. Betrachten wir das infinitesimale Leitungsstück und legen eine Spannung zwischen den Leitern an, können wir mit dem Maschen- und Knotensatz nach Kirchhoff die Leitungsgleichung herleiten. Es sei noch mal erwähnt, dass die Länge DZ im infinitesimalen Leitungsstück den Grenzwert darstellt und gegen 0 geht. Die Spannung auf der Leitung ist im Allgemeinen sowohl von der Zeit T als auch vom Ort Z abhängig. Die Anwendung der Maschen- und Knotenregel auf das infinitesimale Leitungsstück liefert folgende Ausdrücke. Die Maschengleichung U von Z und T und die Knotengleichung I von Z und T Stellen wir die Gleichung nun um, erhalten wir in der Maschengleichung die Spannungsänderung für den Bereich DZ und in der Knotengleichung die Stromänderung für den Bereich DZ. Wenn wir diese Gleichung durch DZ teilen, erkennen wir, dass sich auf der linken Seite die partiellen Ableitungen der Spannung und des Stroms nach Z ergeben. Setzen wir jetzt noch für die Teilspannung und Teilströme in den Gleichung die uns bekannten Formeln nach dem Ohmschen Gesetz für die Widerstände und der Änderung von Strom bzw. Spannung nach Zeit über Spulung und Kondensator in die Gleichung ein, so erhalten wir die Leitungsgleichung für den Allgemeinen Fall. Der zeitharmonische Fall für homogene Leiter Da Sinusschwingungen auf Leitungen einen in der Praxis wichtigen Fall darstellen, interessieren wir uns für Gleichungen, die diesen Fall auch beschreiben. Wir legen also eine Sinusschwingung der Form U von Z und T gleich U0 von Z mal Cosinus Omega T plus Phi von Z zwischen den Leitern an. Zur anschaulichen Beschreibung können wir nun die komplexe Rechnung verwenden. Wir beschreiben jetzt die Teilspannungen und Teilsströme im infinitesimalen Ersatzschaltbild, indem wir die Ohmschen sowie kapazitiven und induktiven Blindwiderstände komplex notieren. So erhalten wir die Leitungsgleichung für den zeitharmonischen Fall in komplexer Schreibweise. Lösung der Ausbreitungsgleichungen Man kann die Ausbreitungsgleichungen lösen, indem man die erste Leitungsgleichung nach dem Ort Z ableitet. Und diese Gleichung nach Di von Z durch DZ umstellt und sie in die zweite Leitungsgleichung einsetzt. Diese Gleichung lösen wir jetzt mit dem mathematischen Ansatz U-Komplex von Z gleich U1-Komplex mal E hoch minus Gamma Z plus U-Komplex 2 mal E hoch plus Gamma Z. U1 und U2 stellen hier Integrationskonstanten dar und die durch die Randbedingungen am Anfang und Ende der Leitung bestimmt sind. Und Gamma nennen wir Ausbreitungskonstante mit der Einheit 1 pro Meter. Dass unser Ansatz die Gleichung erfüllt, sehen wir, wenn wir den Ansatz zweimal nach Z differenzieren. Das Ergebnis ist dann Gamma²-Komplex mal U-Komplex von Z. Und das entspricht wieder dem Ergebnis der Gleichung F7. Für die Ausbreitungskonstante Gamma gilt also Gamma-Komplex ist gleich Wurzel aus Klammer auf G' plus J Omega C' Klammer zu mal Klammer auf R' plus J Omega L' Klammer zu. Gamma ist eine komplexe Größe und kann in Realteil und Imaginärteil zerlegt werden. Der Realteil von Gamma wird Dämpfungskonstante Alpha und der Imaginärteil Phasenkonstante Beta genannt. Beide haben wie Gamma die Einheit 1 pro Meter. Alpha beschreibt die Dämpfung der Spannung, also die Amplitudenabnahme in Z-Richtung. Und Beta beschreibt die Phasendrehung zwischen Ein- und Ausgang der Leitung. Herleitung für die Spannung an einer beliebigen Stelle Z auf dem Leiter. Wir bestimmen also die Spannung an einer beliebigen Stelle auf dem Leiter durch U von Z komplex gleich U1 komplex mal E hoch minus Gamma Z plus U2 komplex mal E hoch plus Gamma Z. Gamma sei komplex. Der erste Term bezeichnet eine Spannungswelle UH von Z, die vom Sender zum Empfänger läuft. Und der zweite Term eine Spannungswelle UR von Z, die vom Empfänger zurück zum Sender läuft. Diese zum Sender zurücklaufende Welle ist im Normalfall unerwünscht. Es ergibt sich also ein Term für die hinlaufende Spannungswelle Ukomplex H an der Stelle Z und für die rücklaufende Spannungswelle Ukomplex R an der Stelle Z. Die Überlagerung von hin- und rücklaufender Spannungswelle ergibt also die Gesamtspannung Ukomplex von Z. Ukomplex von Z beschreibt also die Spannung an einer beliebigen Stelle Z auf der Leitung. Die Stromstärke an der Stelle Z der Leitung gewinnen wir aus der ersten Leitungsgleichung für den zeitharmonischen Fall, indem wir nach I umstellen. In der Gleichung steckt die Ableitung von U von Z, also der Gleichung F10 für die Spannung an einer beliebigen Stelle des Leiters, die wir eben hergeleitet haben. Wir bereiten also zunächst folgende Ableitung vor und setzen diese in die Gleichung F12 ein. Klammern wir nun Gamma aus und erweitern wir die Gleichung, so können wir kürzen. Dann erhalten wir I Komplex von Z und somit den Strom an einer beliebigen Stelle auf dem Leiter. Das Minus vor dem U2 zieht sich durch die gesamte Leitungstheorie. Der darin enthalten eingeführte Parameter ZL heißt Wellenwiderstand und er ist folglich ZL gleich Wurzel aus R' plus J Omega L' durch G' plus J Omega C'. ZL hat die Einheit Ohm. ZL ist Frequenz, aber nicht ortsabhängig. Der erste Term in der Gleichung für I von Z beschreibt die Stromwellen, die vom Sender zum Empfänger laufen und der zweite Term die Stromwellen, die vom Empfänger zurück zum Sender laufen. Dämpfungen auf verlustbehafteten Leitern Wie wir ja gelernt haben, ist die Ausbreitungskonstante gegeben durch Gamma Komplex gleich Alpha plus J Beta. Betrachten wir damit beispielsweise die hinlaufende Spannungswelle in der Leitung. So ergibt sich U Komplex H von Z gleich U Komplex 1 mal E hoch minus Alpha Z mal E hoch plus J Beta Z. Dabei beschreibt der Term E hoch minus Alpha Z die Dämpfung an der Stelle Z und der Term E plus J Beta Z die Phasendrehung an der Stelle Z auf der Leitung. Das heißt, dass entlang der Leitung, beginnend beim Generator, die Größe der Welle durch die Dämpfung abnimmt. Außerdem wird der Zeiger U Komplex H von Z gegenüber dem Eingang Z gleich 0 bedingt durch die Phasenkonstante der Leitung zunehmend nacheilen. Stellen wir auf der Suche nach der Dämpfungskonstante die Gleichung um, so erhalten wir Die Dämpfung einer Leitung wird jedoch in der Praxis nicht mit der Dämpfungskonstante, sondern mit dem Dämpfungsmaß Alpha mit der Einheit dB pro Kilometer angegeben. Die Umrechnung erfolgt über eine Formel. Nachfolgend wollen wir diese Formel herleiten. Da für die Dämpfung nur der Betrag der Übertragungsfunktion wichtig ist, erhalten wir die Formel, indem wir zunächst auch nur den Betrag des komplexen Ausdrucks F11 betrachten. Wir können nun die Formel nach der E-Funktion umstellen. Zum Betrachten der Leistungsdämpfung in Dezibel wenden wir den Logarithmus an und multiplizieren ihn mit 20. Zieht man jetzt nach den Rechenregeln der Logarithmusfunktion die Potenz minus Alpha Z des Numerus vor den Logarithmus, so erhält man Der linke Term beschreibt die Dämpfung d in dB und ist stets negativ. Berechnet man im rechten Term den Logarithmus zur Basis 10 vom Numerus e und multipliziert ihn mit 20, so erhält man Minus d in dB, also die Dämpfung, sei gleich Minus Alpha Z mal 8,69. Jetzt beziehen wir die Gleichung noch auf einen Kilometer und erhalten die gesuchte Umrechnungsformel. Näherung für verlustarme Leiter Wesentliche Eigenschaften und Anwendungen von Leitungen werden bei der Betrachtung verlustarmer Leiter erst richtig deutlich. Für verlustarme Leiter gilt also, dass R' viel kleiner sei wie Omega L' und G' viel kleiner sei wie Omega C'. Setzen wir diese Bedingungen in unsere Gleichung für den Wellenwiderstand ein, ergibt sich ZL mit unserer Einschränkung R' und G'. Damit erhalten wir für ZL die Wurzel aus L' durch C' für verlustarme Leiter. Die Phasen- und Dämpfungskonstante für verlustarme Leiter wollen wir ebenfalls bestimmen. Dazu nehmen wir die Gleichung für die Ausbreitungskonstante und klammern zunächst aus. Fassen wir nun die ausgeklammerten Terme zusammen, erhalten wir Betrachten wir den linken Wurzelterm. Ziehen wir nun das Minus aus der Wurzel heraus, ist der Radikant positiv und mit Wurzel von Minus 1 gleich das komplexe J erhalten wir und daraus gilt bereits Beta gleich J Omega Wurzel aus L' mal C' für verlustarme Leiter. Lösen wir nun auch den rechten Wurzelterm, erhalten wir die Ausbreitungskonstante für verlustarme Leiter. In ihr steckt die Phasenkonstante Beta und die Dämpfungskonstante Alpha für verlustarme Leiter. In der ersten Näherung betrachtet ist die Dämpfungskonstante Alpha jedoch gleich Null. Fassen wir nochmal zusammen. Zu Beginn haben wir uns überlegt, was ist denn eigentlich ein Leiter? Ein Leiter dient zur leitungsgebundenen Übertragung von zum Beispiel Energie oder Nachrichten. Dann haben wir gelernt, was ein Stromleiter ist. Stromleiter bestehen mindestens aus zwei voneinander isolierten Leitern. Beispiele sind die Kupferdoppelader, ein Koaxialkabel, Hochspannungsleitung oder Streifenleiter, wie sie auf Platinen zu finden sind. Die Leitungstheorie befasst sich mit Erscheinung auf der Leitung beim Übertragen hochfrequenter Signale. Für harmonische Signale gilt, ist die Wellenlänge Lambda des zu übertragenen Signals um ein Vielfaches größer als die Leitungslänge L, so muss keine Leitungstheorie verwendet werden. Für rechteckförmige Signale ist die Flankensteilheit der Impulsflanke entscheidend. Ist der Leiter auf beispielsweise einer Platine länger als 50% der kritischen Länge, mit TR gleich der Rising Time des Rechteckimpulses, so ist die Leitungstheorie anzuwenden. Beachten wir die Leitungstheorie nicht, so kann es sein, dass die Signale nicht am Empfänger ankommen. Die Eigenschaften einer Leitung haben wir beschrieben, indem wir aus dem gesamten Leiter nur einen kleinen Teil betrachtet haben. Aus diesem Ansatz haben wir, unter der Annahme, das betrachtete Leitungsstück sei sehr kurz, das Ersatzschaltbild des infinitesimalen Leitungsstücks entwickelt. Aus diesem haben wir die mathematische Beschreibung, die Leitungsgleichungen, hergeleitet. Zunächst für den allgemeinen Fall, später für den speziellen Fall harmonischer Signale. Beim Lösen der Ausbreitungsgleichungen sind wir auf wesentliche Kenngrößen der Leitung gestoßen. Die Ausbreitungskonstante Gamma sowie den Wellenwiderstand ZL. Nachfolgend haben wir noch näherungsweise verlustlose Leiter betrachtet und speziell für diesen Fall die Ausbreitungskonstante Gamma sowie die Dämpfungskonstante Alpha und die Phasenkonstante Beta bestimmt. Und somit haben wir es an dieser Stelle geschafft und ihr habt einen ordentlichen Einblick in die Leitungstheorie bekommen. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat und hoffen, wir konnten euch das Thema etwas näher bringen. Wer noch mehr über das Hochfrequenzverhalten von Leitungen wissen will oder sich zum Beispiel nochmal ganz grundlegend mit der Elektrodynamik, also den Maxvisiongleichungen usw. befassen will, der schaut sich doch bitte den YouTube-Kanal der Technischen Hochschule Mittelhessen an. Da findet ihr unter der Playlist Fachbereich.EI weitere Videos von Herrn Prof. Dr. Obermann. Es lohnt sich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Technische Hochschule Mittelhessen. Das ist mein Leben, meine Regeln, mein Spiel. Meine Welt, meine Wege, mein Ziel. Meine Zeit, meine Weise, mein Plan. Ab heute fängt mein Leben an. 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 Ab heute fängt mein Leben an.